So, eins noch. Kommt schon. Oh, ja komm, wir gehen mal auf eine andere Ebene eben. Und jetzt nehmen wir noch zwei Berserker auseinander und dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Um den anderen Ogre würde ich mich, oder um den Terror-Treu würde ich mich erst kümmern, wenn wir nach da oben kommen. Und da oben waren wir aber noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder runter zu den Zwergen und geben das mal ab hier. Ihr seid in der Nähe der Kessels vorsichtig, Schamala. Die Blutfratzen werden sie nicht freiwillig hergeben. Das ist nicht nur Blut, das ist Gift. Spinnen, Gift. Hoffentlich habe ich mit meiner Ahnung Unrecht, Kaltros. Das hier bringt mehr Gold. Und Tod im Blutfratzen haben wir ja noch. Es wird nicht lange dauern, bis wir die einzigen Zwerge sind, die auf diesen Mauern noch atmen. Was gehört jetzt uns? Nur die stärksten Bösen, all die Blutfratzen sind übrig geblieben. Die Seelenfresser und Bluttrinker, die verkommenen Anhänger des bösen Gottes Haka. Denkt daran, dass ihr hier nicht nur gegen Trolle kämpft, Kaltros. Ihr kämpft gegen dunkle und böse Kräfte, die dieses Land zu Asch verbrennen werden, wenn wir sie leben lassen. Zeigt keine Gnade. Okay, ja, die bekämpfen wir dann einfach mal. Die sind dann da oben wahrscheinlich. Ja. Und zwar auf derselben Ebene wie der Terror-Troll. Dann kämpfen wir uns jetzt einmal darüber. Nehmen die alle mit, die es da so gibt. Und dann machen wir den Terror-Troll noch wütend. Den Ongolongo. Ne, dich will ich nicht pullen. Wir machen es einfach mal so. Hier kommen wir pullen einfach alles. Und wir haben ja ziemlich krassen AOE für unser Level, muss man sagen. Dementsprechend können wir die easy auseinander schnitzeln. Zwei Seelenfresser, ein Bluttrinker noch. Ne, 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 dich will ich nicht bekämpfen, den Schattenjäger. Nehmen wir nochmal seinen Seelenfresser. Da drüben auch und da ist noch ein Bluttrinker. Dann nehmen wir die beiden hier links. Und dann. Ja, das sind sogar zwei. Ja gut, dann machen wir das halt so. Und jetzt haben wir noch den großen Bösen zu bekämpfen. Ach, Ongolongo, da hinten bist du ja. Wie geht's so, mein Freund? Der wird auf jeden Fall wütend werden. Lasst Ongolongo allein. Ne. Ich hau dich lieber kaputt. Nicht mehr, Ongolongo gehen nach Hause. Ja, der hat sich mal losgerissen. Und hat dabei die Ketten zusammengeschmiedet. Mäckige Trolle halten Ongolongo nicht auf. Ich will mal wissen, wo der hingeht. Achso, das war's schon. Ist ja lame. Irgendwie gedacht, dass er sich hier noch ein bisschen mehr durchkloppt. Schade. Na gut. Dann fliegen wir wieder runter zu denen. Und damit gleich mal noch unsere Buffs wieder erneuern. Was kann ich für euch tun? So, Ongolongos Rache. Was für ein Spaß. Ich wünsche, ich wäre dabei gewesen. Wir haben sie niedergemäht. Jinta Alloa ist so gut wie ausgelöscht. Immer Schultern, die bringen nicht viel. Und ein Stab. Stab bringt mehr Gold. Ah, ja, dann was für uns. Schicksalsgipfel. Geht ihr zum Gipfel, Kaldrus? Unsere Krieger wagen sich nur bis zu den letzten Toren vor. Sie sagen, Gott sei es still wie in einem Grab. Kein Geräusch, kein Atemzug, nichts rührt sich. Sie halten es für eine Falle. Aber das, was ihr mir gebracht habt, lässt mich befürchten, dass etwas Weitböseres lauert. Geht zum Altar, findet heraus, was geschehen ist. Und bringt mir alle mystischen Gegenstände oder dunklen Götzen, die ihr finden könnt. Habt ihr mich verstanden? Okay, aber dann nehmen wir jetzt mal hier. Ihr hattet doch so einen... Ja genau, ich muss zur obersten Ebene von Jinta Alloa gelangen. Zeit mit Scharfschnabel zu fliegen. Na, dann fliegen wir uns mal nach da oben. Wir müssen jetzt auf die oberste Ebene von Jinta Alloa. Auch wenn ich nicht weiß, warum man so einen weiten Bogen dabei fliegen muss. Ach, gehen wir von hinten rum rein? Ah. Hier bei einem Altar von Suhl. Ah ja. Das ist natürlich clever jetzt so, einfach hier oben rein zu gehen. Und wahrscheinlich werden wir jetzt gleich abgemountet, wenn wir hier drin sind. Ne? Ah ja. Faszinierend. Zehnfässer und Blutfratzen. Ähm. Ja gut, das sind ein paar Tote. Spinnengötzen. Von Blut und Gift befleckt. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab ein ziemlich mieses Gefühl. Hier, aber auch alle Fusseln haben hier. Gut, von Chandra. Oh, das ist ein, wie ist es, das ist ein ganz ungünstiges Oben. Okay, dann fliegen wir einfach mal wieder runter. Und wir nehmen nicht nochmal den Weg da außen rum, auch wenn das jetzt eigentlich ganz praktisch war. Das dauert zu lang. Was habt ihr gefunden? Tod? Alle in der Nähe des Altars? Und sie hatten diese Spinnengötzen bei sich? Das ist Chandra, die Spinnenloher. Sie versuchen, ihre Kraft an zu absapfen. Giftige Geheimnisse. Wenn das Opfer bereits verbracht wurde, wird Chandra diese Welt langsam vergiften. In der Höhle wimmelt es wahrscheinlich schon vor ihrer Brut. Lasst sie nicht entkommen, Kathos. Bringt alle Spinnen um, die ihr finden könnt. Da bin ich gerne dabei. Jagd die Bewaharin, Chandra, die Spinnloher, die Königin des Giftes, ein Geist der Dunkelheit und des Todes. Wenn es ein Opfer gegeben hat, werden die Trolle einen letzten verzweifelten Versuch unternehmen, um sie darauf zu beschwören. Sollten die Blutfratzen Rituale begonnen haben, dürfen sie nicht vollendet werden. Überprüft die Rituale hinter dem Altar an der Spitze von Jinta-Alor. In ihrem Inneren befindet sich vielleicht noch eine von Chathras Bewaharin. Tötet sie und bringt mir, was sie bei sich trägt, damit wir herausfinden können, was dort los ist. Okay, dann gehen wir jetzt einmal wieder nach oben und bekämpfen einmal hier dann die Brut von Chandra und sammeln die Tafel von dieser Bewaharin. Es ist irgendwie witzig, dass der Arachnophobiker-Modus immer eine andere Größe für die Viecher gibt, als ihre eigentliche und immer wieder hin und her wechselt. Das ist manchmal schon ganz lustig. So. Wir müssen einmal ans andere Ende der Höhle. Ach, das ist dieses Höhlenlayout. Es gibt ja nur so eine Handvoll, die eben wiederverwendet werden. In natürlich verschiedenster Formen. Was so in Ordnung ist, weil ich meine, glaube ich, jetzt mal eine neue Höhle oder neues Höhlenlayout zu erstellen, ist, glaube ich, schon ein bisschen anstrengend. Die Spinnen sind echt laut hier bei dir im Getrampel. Das ist irgendwie sehr strange. Wir müssen jetzt einmal bis nach ganz oben uns durchkämpfen. Das heißt, einmal hier jetzt lang. Hier oben rum. Ja, dieses ist bis wieder größer. Da habe ich mich jetzt ein bisschen erschreckt. Jetzt sind sie wieder kleiner. Kleiner ist natürlich immer noch mir am liebsten, aber naja. Was soll's. Das bewahren. Mottagia. Die bewahren. Aha. Das ist schon irgendwie so ein Petrus sein, sich so von Spinnen umgeben... Also so von Spinnen umgeben sein zu wollen. Hattenblitz. Ja, das machen wir mal nicht. Gute Nacht. Tafel von Chatra. Kann mir nichts mit anfangen. So, wir rennen jetzt einfach hier durch. Einen schnellen Weg nach draußen. Und dann geben wir das dem Schamanen. Also ich glaube, es ist ein Schamane. So wirkt er zumindest. Und dann können wir weiter... Ähm... Weiter machen. Machen. Genau. Hidoki. Dann müssten wir eigentlich in Jintaro selbst fertig sein. Dann werden wir wahrscheinlich gleich zum Altar von Suhl geschickt. Wenn ich mich recht entsinne. Oh, giftige Geheimnisse. Die sind wir los. Mögen diese schrecklichen Wesen nie wieder unser Land betreten. Durchsucht ihre Leiche. Ich will nicht, dass mögliche Fallen der Blutfratzen durch ihre Tode unentdeckt bleiben. Eine Tafel. Wenn ich das richtig lese, wird hier ein Ritual beschrieben, mit dem man Chatra selbst in diese Welt holen kann. So wie die Götzen, die man dafür benötigt. Dass ihr die Bewahrung getötet habt und die Tafel an euch gebracht hat, war sehr gut, Kaltros. So, und hier haben wir jetzt eine Waffe, die eine Verbesserung ist. Ja, hallo. Die nehmen wir doch gerne. Und dann legen wir das einfach mal hier hin. Zum Aufheben für später. So. Hatten wir nicht noch andere Rüstungserbstücke in der Tasche? Meine ich? Die weggetan? Na gut. Fährten dieser Juro. Jagdhüte Quell Danil. Es mag euch fern der Heimat erscheinen Schamane, aber ein großer Teil meines Volkes wurde von Botschafter Roalette hierher geführt. Wir haben uns bei den Hochelfen der Jagdhüte Quell Danil im Nordwesten niedergelassen, um den Weg des Lichts zu erlernen und die friedliche Schönheit des Landes zu genießen. Ein derartiger Frieden könnte sehr kurzlebig sein. Wir haben gesehen, dass die Hall sich weiter nach Westen bewegt hat. Er bewegt. Könnt ihr nach Quell Danil reisen und Anakoretin Drasker warnen? Ihre Hütte befindet sich etwas nördlich des Hauptgebäudes. Und das mit Charter? Das wird einfach mal so stehen? Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt aber erstmal zu diesem... Um den da zu seinem Herrn zurück zu schicken. Und das ist ja hier hinten jetzt an dem Wasserfall. Und hier oben auf dieser kleinen Insel. Leitroboter OOX09HL Ihr habt anscheinend das Frag aus dem Robothuhens entdeckt. Aus dem Ei erklingt dann wieder die Rasse an der Stimme. Ja, hervorragende Arbeit. Das ist tatsächlich mein Leitroboter. Aber meine Sensoren zeigen an, dass er Sterbtheil benötigt, bevor er zur Reparatur nach Beutebucht zurückfliegen kann. Bitte legt den Signalgeber in den Rover ein. Der Signalgeber will den Rest übernehmen. Er legt das Ei, das Nutzegal, in das Huhn, den Leitroboter. Aus dem Roboter ertönt ein Brummen und Surren. Als er versucht aufzustehen. Nachdem der Roboter zum Leben erwartet ist, ertönt die Stimme von Glotz ein weiteres Mal. Diesmal aus dem Inneren des Roboters. OOX-9-HL funktioniert endlich. Aber es sind umfangreiche Repertoren erforderlich. Er ist zu schwer, dass ihr ihn tragen könntet. Aber ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Könntet ihr noch etwas auf ihn aufpassen? Rettet OOX-9-HL. 0-9-HL. Aus dem Roboter ertönt erneut die blechernde Stimme des Glomens. Ich muss OOX-9-HL an einen offenen, sicheren Ort schaffen, wo er die langwierige Schachprozedur beginnen kann. Er hat eine eingebaute Tarnverrichtung, aber ich brauche etwas Zeit, um sie von hier aus wieder funktionsfähig zu machen. Er eskultiert den Roboter von seinem derzeitigen Standort zu, sagen wir, einem ein paar großen Felsen, die die Sicht versperren. Soll der perfekte Ort für mein Vorhaben sein, bis ihr dort seid. Und bis ihr dort seid, sollte ich auch alles vorbereitet haben können und online gehen können. Er eskultiert ihn dorthin und kommt dann zu mir nach Beutebucht. Lord Speed Rikos, Ende. Und für Energie aktiviert. Ambulatoren im Motor wird gestartet. Gack. Ähä. Okay, und gegen wen müssen wir den jetzt verteidigen? Und wo will der eigentlich hin? Ach, da drüben. Wo läufst du denn lang? Hallo, läuft doch nicht in die Richtung der Rolle. Bist du eigentlich Jack? Oh, ich muss re-buffen. Das ist jetzt ungünstig. Ja, egal, den kriegen wir auch so. Oh, Himmelshorn, Waffe der Flammenzunge, Waffe des Windzorns. Wieso läufst du denn so bescheuert? Blöder Roboter. Mit Drohungen analysiert. Gewächsplan Beta wird aktiviert. Gack. Ja, Gack, Gack. Du solltest aber jetzt links abbiegen, wenn du in die Richtung willst. Immerhin kriegst du das hin. Okay, und wo willst du jetzt hin? Komisch zu tun. Mhm. Los, schneller. Oder ich verarbeite dich zu einem Beraten. Obwohl ich dabei wahrscheinlich ein bisschen Blech anschmecken. Ja, wahrscheinlich sein, was muss der Eisen halte ich letztendlich. Eisen ist auch wichtig. Okay. Ich muss schon mal sagen, ich hasse Escort-Quests. Weil immer der NPC langsamer läuft, als man selbst. Immer. Ah, die Eulenbeste nehmen wir mal mit, bevor die uns hier über, über den Weg läuft und noch interferiert. Lauf doch nicht so weit zurück. Hier geht's lang. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu erzählen soll. Ich meine, dieses Robohun ist, also ich kann so sagen, es ist eine von drei Quests. Die nächste befindet sich auf jeden Fall noch in Ferralas. Und dann gibt's nochmal eine, wo ich glaube am Schlingendorn Cup vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Und wenn man alle drei abgeschlossen hat, dann kriegt man noch eine Quest, bei dem, bei dem man sie in Beudebucht abgeben muss. Mit welcher man dann ein Robohun als Haustier bekommt. Gag. Sensoren haben feindliche, haben räumliche Anomalie entdeckt. Gefahrenverzug. Gag. Hm. Gefahrenverzug. Okay. Naja. Die Eulenbästchen sind ja geil weg. Easy. So. Jetzt machen wir einen Abflug. Hallo? Plus ist eben online. Die Raketen für Transport und Beudebucht werden aktiviert. Okay. Ja. Das machen wir dann jetzt aber später erst. Jetzt gehen wir erstmal zur Jagdhütte. Und dafür würde ich eigentlich wieder zurück auf den Weg fliegen. Der sich ja hier befindet. Und wir fliegen weiter hier entlang. Eigentlich quasi wieder fast genau dahin, von wo wir herkommen. Vom NIS-Gipfel aus. So, irgendwo müsste dann jetzt auch eine Abzeigung gleich kommen. Und welcher wird zur Jagdhütte gelangen. Und hier ist auf jeden Fall so ein Außenposten der Untoten. Und da ist die Jagdhütte mit Hochelfen. Da ist es wirklich noch Hochelfen gibt, das ist auch faszinierend. Die aber immer noch treu zur Allianz stehen. Da ist Gilda Wolkenrufer. Und nun wollten wir ja zu der anderen Hütte, die es hier da hinten befindet. Ja genau, hier drüben. Anakoretin Trasker. Joro schickt uns eine Warnung vor der Horde. Den Elfen hochteils graut es schon langere Zeit vor einem Angriff. Um genutzt zu sein, haben wir Schreie und der Klang berstende Metalls, wenn aus dem Süden zu hören. Beim Lichter, sie sind hier. Oh. Ah, ich habe hier nicht oft besucht. Besitzt euch einen Augenblick. Ja ne, das machen wir jetzt lieber nicht. Zur Verteidigung von Quell Daniel. Die Untoten sind hier. Die Verlassenen. Sie kamen immer näher und näher. Aber aufs ganze Gehen und uns angreifen, diese entsetzlichen Monstrositäten. Die jungen Draenei, die man hier anvertraut hat, haben mit den Hochtal-Elfen im Kampf trainiert. Sie sind nicht schutzlos, aber sie brauchen Hilfe. Bitte, Kaldos, helft ihnen. Drängt die Verlassenen zurück. Führt 16 Eindringen. Jo. Die Hochtal-Elfen haben seit Jahren hier detaillierte Aufzeichnungen aufbewahrt. Todesfälle, Geburten, Jahreszeiten, aber auch wichtige Informationen von Spähern und Methoden, wie man mit dem Rest der Allianz Verbindung aufnehmen kann. Diese Aufzeichnungen werden in dem Chaos verstreut werden. Wenn sie in die Hände der Verlassenen fallen, könnten noch mehr Leben auf dem Spiel stehen. Bitte, ihr müsst die Aufzeichnungen finden, bevor sie der Horde in die Hände fallen. Ja, das kriegen wir hin. So. Dann kämpfen wir uns hier mal durch. Und die Aufzeichnungen, die finden sich hier an mehreren Stellen. Ja, wir kämpfen uns durch auf dem Weg zu den Aufzeichnungen, würde ich sagen. Einmal hier oben haben wir. Müssen wir in die Hütte rein. Dann gehen wir einfach hier lang. Und hier sind dann auch die Hochteilaufzeichnungen. Was haben wir denn hier? Hochteilaufzeichnungen. Aufzeichnungen bei den Vorräten von Hochteil und Allianzkontakte. Ich glaube da hinten am Ende dieses Hauses wird da nochmal was sein. Dann kämpfen wir uns jetzt einmal hier komplett durch. Ja, die ist voll dabei, die Trainer hier gerade, die man gehört hat. Und da draußen ist das nächste. Brauchen wir uns jetzt gar nicht hier durchkämpfen. Dann gehen wir einfach jetzt direkt hier raus. Und nehmen den nächsten Eindringling mit. Und dann haben wir hier die Hochteilnotizen. Aufzeichnungen über örtliche Fauna und Ressourcen. Und da hinten ist nochmal was. In diesem Schrein. Das ist dann der Bericht, den wir noch brauchen. Und hier haben wir hier Informationen über den Stamm der Bruchhauer und strategische Schützpunkte. Ja gut, die können wir jetzt ja einfach hier alle zerlöten. Wie sieht es denn aus? Wie weit sind wir denn eigentlich hier? So, warte mal, wo ist denn das Hinterland? Und das war es dann mit der heutigen Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.